Erich, ich möchte meine Mutter in Großbritannien anrufen. Sie hat Geburtstag. Sie ist 53 Jahre alt. Erich, ich möchte meine Mutter in Großbritannien anrufen. Sie hat Geburtstag. Sie ist 53 Jahre alt. Erich, ich möchte meine Mutter in Großbritannien anrufen. Sie hat Geburtstag. Sie ist 53 Jahre alt. Erich, ich möchte meine Mutter in Großbritannien anrufen. Sie hat Geburtstag. Sie ist 53 Jahre alt. Meine Schwester hat Jura studiert. Jetzt ist sie Anwältin. Meine Schwester hat Jura studiert. Jetzt ist sie Anwältin. Meine Schwester hat Jura studiert. Jetzt ist sie Anwältin. Meine Schwester hat Jura studiert. Jetzt ist sie Anwältin. Es ist halb 10. Der Zug fährt um 11.17 Uhr ab. Es ist halb 10. Der Zug fährt um 11.17 Uhr ab. Es ist halb 10. Der Zug fährt um 11.17 Uhr ab. Es ist halb 10. Der Zug fährt um 11.17 Uhr ab. Ich denke, es schneit morgen. Was machen Sie denn diesen Winter? Ich denke, es schneit morgen. Was machen Sie denn diesen Winter? Ich denke, es schneit morgen. Was machen Sie denn diesen Winter? Ich denke, es schneit morgen. Sind Äpfel immer rot? Nein, Äpfel sind nicht immer rot. Manchmal sind sie grün oder gelb. Sind Äpfel immer rot? Nein, Äpfel sind nicht immer rot. Manchmal sind sie grün oder gelb. Sind Äpfel immer rot? Nein, Äpfel sind nicht immer rot. Manchmal sind sie grün oder gelb. Sind Äpfel immer rot? Nein, Äpfel sind nicht immer rot. Manchmal sind sie grün oder gelb. Ich habe Kopfschmerzen und 39 Grad Fieber und mir ist schwindelig. Ich habe Kopfschmerzen und 39 Grad Fieber und mir ist schwindelig. Ich habe Kopfschmerzen und 39 Grad Fieber und mir ist schwindelig. Ich habe Kopfschmerzen und 39 Grad Fieber und mir ist schwindelig. Das ist ein schönes Kleid. Ich glaube, es hat die richtige Größe. Es passt gut zu deinen neuen Schuhen. Das ist ein schönes Kleid. Ich glaube, es hat die richtige Größe. Es passt gut zu deinen neuen Schuhen. Das ist ein schönes Kleid. Ich glaube, es hat die richtige Größe. Es passt gut zu deinen neuen Schuhen. Das ist ein schönes Kleid. Ich glaube, es hat die richtige Größe. Es passt gut zu deinen neuen Schuhen. Ich nehme eine Erbsensuppe und dann möchte ich ein Hühnchen mit Reis. Zur Vorspeise nehme ich eine Erbsensuppe und dann möchte ich ein Hühnchen mit Reis. Ich nehme eine Erbsensuppe und dann möchte ich ein Hühnchen mit Reis. Mika, ich habe die Telefonnummer deiner Tante gefunden. Mika, ich habe die Telefonnummer deiner Tante gefunden. 001 für Amerika, 215 für Philadelphia und dann 6524 und dreimal die 1. Mika, ich habe die Telefonnummer deiner Tante gefunden. Mika, ich habe die Telefonnummer deiner Tante gefunden. 001 für Amerika, 215 für Philadelphia und dann 6524 und dreimal die 1. Was machen die Leute in Deutschland am Abend zur Unterhaltung? Viele Leute spielen gerne Karten. Das beliebteste Kartenspiel heißt Skat. Was machen die Leute in Deutschland am Abend zur Unterhaltung? Viele Leute spielen gerne Karten. Viele Leute spielen gerne Karten. Das beliebteste Kartenspiel heißt Skat. Skat. Was machen die Leute in Deutschland am Abend zur Unterhaltung? Viele Leute spielen gerne Karten. Das beliebteste Kartenspiel heißt Skat. Skat. Was machen die Leute in Deutschland am Abend zur Unterhaltung? Was machen die Leute in Deutschland am Abend zur Unterhaltung? Viele Leute spielen gerne Karten. Skat. Das beliebteste Kartenspiel heißt Skat. Skat. Das beliebteste Kartenspiel heißt Skat. Das beliebteste Kartenspiel heißt Skat. Das ist eine komplette Kartenspiel heißt Skat. Untertitelung des ZDF, 2020